Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann. Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior und ich habe heute wieder einen fantastischen Gast und ich freue mich ehrlicherweise schon auf die nächsten Minuten, auf das Gespräch. Neben mir, also im Video wird man das auch sehen, ansonsten wird man es hören, sitzt Andreas Hausmann. Andreas, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich direkt einmal vorstellen. Ja, mein Name ist Andreas Hausmann und ich sage mal so, ich mache Prozesse in Dativ-Rechnungswesen einfach und fristgerecht. Sage ich zumindest immer auf YouTube. Fantastisch, genau. Dazu kommen wir auch noch. Du bist auf YouTube aktiv. Mir gefällt übrigens auch auf LinkedIn der Satz. Da steht der sympathische Dativ-Experte für praxisnahe Rechnungswesen-Prozesse. Das finde ich auch sehr sympathisch. Das Thema Dativ ist ja so ein bisschen so eine Hassliebe für sehr, sehr viele Leute aus der Branche, glaube ich. Und ich möchte gerne einmal verstehen, wie bist du da gelandet, aber natürlich auch so ein bisschen über das Thema sprechen. Daten, Software-Prozesse. Wie entsteht eigentlich so ein Arbeitsprozess und wer bestimmt eigentlich, wie wir bestimmte Dinge tun im Kanzlei, Alltag und so weiter. Da gibt es viel. Aber tatsächlich die erste dringendste, wichtigste Frage ist, wie bist du da eigentlich gelandet? Ich meine, du warst wahrscheinlich nicht im Kindergarten und hast dir überlegt, du möchtest gerne irgendwas mit Dativ machen. Nee, also es hat sich so ergeben, sagt man ja immer schon gerne. Ich komme auch aus einer ganz anderen Ecke. Also ich bin kein Steuerfachangestellter. Ich habe jetzt nichts in dem Bereich am Anfang meiner Laufbahn, sage ich mal, gelernt. Ich habe großen Außenhandelskaufmann gelernt. Okay. Witzigerweise habe ich dann in der Berufsschule irgendwann herausgefunden, dass mir Buchhaltung sehr liegt. Das war dann irgendwann so, wie man das Problem einfach kennt mit Soll und Haben. Man muss sich da reinfuchsen. Und dann irgendwann mitten in der Klausur dachte ich mir so, okay, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Aber das, was du die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde da auch hingeschrieben hast, ist alles falsch. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder auch. Wo es denn Klick macht nach 80 Minuten von 90 Minuten. Ja, und darauf aufbauen dachte ich mir, okay, du willst da mehr machen, weil in der Ausbildung hat man als Kaufmann in der Regel nicht viel Buchhaltungsthemen. Also wir haben da so eine Sammelschulung bekommen und gut war, auch nicht auf Dativ war das damals. Dann dachte ich mir, okay, studierst halt dual, um da ein bisschen tiefer reinzukommen. Also nach der Ausbildung dann noch studiert. Habe dann dual BWL studiert und das dann halt bei der Dativ. Das war dann die Firma, die gesagt hat, okay, haben wir Bock drauf, aber wir wollen ihn jetzt nicht im Service. Also das war so, bei Dativ sitzen halt die Leute im Gespräch. Das war damals so, die sich halt für einen interessieren. Da war jemand aus dem Service und der hat sich gedacht, okay, im Service ist der nicht richtig aufgehoben. Aber der Außendienst, der überlegt schon länger, ob er mehr duale Studenten nehmen soll. Probieren wir es doch mal da. Und so war ich dann bei der Dativ damals in Hannover im Außendienst als Student und habe dann tief im Schwarzwald studiert. Das heißt, genau, dass es jetzt Dativ geworden ist, das war einfach zufällig, weil da gerade der Job ausgeschrieben war. Ja, da hat es am besten gepasst, dann wirklich von den Gesprächen. Ja. Und genau, dann hast du wahrscheinlich bei der Dativ studiert und gearbeitet und dann hast du ja schon mal Wissen, was viele andere Menschen auch gerne hätten. Und warst du denn auch eine Weile bei der Dativ oder bist du dann quasi direkt nach dem Studium gegangen? Nee, ich war tatsächlich danach auch noch bei der Dativ, ich glaube zweieinhalb Jahre, genau weiß ich nicht mehr, ich muss schon ein bisschen was her. Bei Studium weiß man immer, man studiert mindestens drei Jahre im Bachelor. Ja. Das Thema ist aber, ich habe dann halt BWL studiert, aber ich hatte nach dem BWL-Studium immer noch keine Ahnung vom Steuerrecht. Also es war damals relativ dankbar, weil ich konnte Digitalisierungsthemen machen, da muss man, es ist gut, wenn man generell Ahnung vom Steuerrecht hat, wenn man Buchhaltungsprozesse schult. Aber besonders, wenn man erstmal so Digitalisierungsprozesse oder so hat, da kommt man recht gut ohne Ahnung vom Steuerrecht aus. Ja. Und dann dachte ich mir so, hm, so tragbar ist das aber langfristig nicht, dieses Modell so zu fahren, weil du hast absolut keine Ahnung von dem, was die Leute da bewegt, die du jeden Tag schulst. Ergo, solltest du schauen, dass du Ahnung vom Steuerrecht bekommst und habe dann halt noch ein Master dran gehangen. Ach, und der war dann Schwerpunkt Steuerrecht. Ja, nur Steuerrecht. Nur Steuer. Also ich habe auch, also das war so, also das ist ein berufsbegleitender Master gewesen und da war ich dann irgendwie mal so bei der Einführungsveranstaltung, die ersten, das waren zwei oder drei Wochen, ich weiß nicht mehr, dann in Köln, wo man die ganzen Grundlagen gemacht hat. Da saß man dann nur mit Leuten aus Steuerkanzleien und Finanzamt zusammen, die auch einen Master machen wollten. Und man selbst hatte absolut, wie es im Bachelor-BWL-Nummer ist, absolut keine Ahnung von Steuerrecht. Ich wollte gerade sagen, da saß man so eine Gewerbesteuerberechnung oder so ein Krempel gemacht, aber halt keine Paragraphen. Ich wollte gerade sagen, da saß du im Vergleich zu den Kommilitonen, hattest du wahrscheinlich einen kleinen Nachteil. Aber ich finde es ja schon ganz witzig, dass du eine kaufmännische Ausbildung gemacht hast, gemerkt hast, Buchhaltung ist spannend, du hast aber gar nichts über Buchhaltung gelernt, dann hast du BWL. Ja, soll haben kommt richtig gut. Gut, das ist ja auch, ich würde mal sagen, die einfachste Form. Aber in der Ausbildung generell, in der kaufmännischen Ausbildung, ist das ja oberflächlich auch ein Teil. Also man kommt durch so eine kaufmännische Ausbildung auch ganz gut, wenn man das nicht beherrscht mit dem Soll und Haben, weil es sind doch schon relativ viele andere Themen. Ja, also ich sage mal so, ich habe in der Ausbildung zum Großteil LKW-Teile verkauft, Teile rausgesucht für LKWs und die dann in SAP eingegeben. Also spannend in der Ausbildung war aber auf jeden Fall, und das finde ich heute immer noch relativ bezeichnend, dass ich halt in zwei verschiedenen Ausbildungsbetrieben war. Erstmal ein sehr einkaufslastiger Automobilausbildungsbetrieb, da konnte ich die Ausbildung aber leider nicht fertig machen, betriebsbedingt sage ich mal. Und dann habe ich halt in der Ausbildung gewechselt, musste deswegen auch drei Jahre Ausbildung machen, weil der andere Betrieb ja auch gesagt hat, ja, wir übernehmen dich schon gerne, aber drei Jahre würden wir schon dann gerne machen, damit es halt auch so passt. Und dann habe ich halt da halt viel im Verkauf gearbeitet. Und das war einfach ganz spannend, weil bei dem einen Betrieb lief das ERP-System so gar nicht, weil es war nicht richtig eingerichtet, es war nicht richtig geschult. Man hat gemerkt, hey, immer wenn man sich Daten rausgezogen hat, waren die nicht so richtig gut und nicht so richtig aussagekräftig. Beim anderen Ausbildungsbetrieb, das SAP, war top eingerichtet, top supported, top geschult und das lief richtig rund. Das hatte mir so ein bisschen gezeigt, hey, es liegt auch wirklich stark daran, wie gut man eine Software eingeführt hat und betreut, wie gut die dann auch läuft in der Praxis, weil es wird damit nicht gearbeitet und es funktioniert alles nicht. Und das sehe ich dann heute auch noch, besonders wenn man in der Praxis über Schnittstellen spricht und sagt, hey, ich möchte jetzt aus dem ERP-System Datenbuchhaltung einlesen, wo ich immer sage, ja, ich möchte eher nicht, weil ich genau weiß, wie manchmal die ERP-Systeme aussehen. Das ist ehrlicherweise auch eine Frage, die ich mir vorher überlegt habe. Ich mache mir vorher Gedanken, was für intelligente Fragen kann ich stellen und bei dir dachte ich mir tatsächlich, ich bin sehr neugierig zu erfahren, nach deiner Einschätzung, wie gut so eine durchschnittliche Kanzlei, mit der du zusammenarbeitest, wie viel des Potenzials von Dativ die eigentlich nutzen. Weil du kennst dich mit dem Thema jetzt aus und ich weiß, wie es in meinem Berufsalltag ist. Ich habe halt viel Operatives zu tun und ich arbeite das ab. Wenn ich einmal einen Weg gefunden habe, wie ich irgendwie einigermaßen heil ans Ziel komme und so einen, keine Ahnung, Jahresabschluss fertig habe, dann beschäftige ich mich relativ selten damit, ob ich das vielleicht auch noch effizienter hinbekomme, ob ich das vielleicht besser hinbekomme, ob das Ganze irgendwie vielleicht automatisierbar ist. Der Anteil meiner Zeit, mit dem ich mich auf die Verbesserung der Prozesse beschäftige, ist doch eher klein und je mehr Zeitdruck man hat, desto kleiner ist er eigentlich. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die meisten, die vor Dativ sitzen, nur einen Bruchteil des Potenzials ausschöpfen. Stimmt das so oder ist das einfach nur meine naive Vorstellung der Welt? Also ich glaube grundsätzlich ist es bei jeder Software so, dass das Potenzial halt nicht voll ausgenutzt wird. Was halt interessant ist, ist halt ganz oft in Kanzleien, dass die Wissensstände bei den Mitarbeitern sehr unterschiedlich sind. Und es gibt Mitarbeiter, die nutzen viele Funktionen tatsächlich, die sind am Stand, aber halt nicht alle. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo man dann halt eigentlich einsetzen muss und sagen muss, eigentlich will ich eigentlich eher ein Kanzleiniveau haben und kein Niveau bei dem Mitarbeiter super ausgenutzt, bei dem Mitarbeiter nicht, bei dem wiederum so. Das ist halt so ein bisschen das Thema an der Stelle. Und wenn man mal auf so die Statistiken guckt, die Dativ rausgibt, da habe ich die letzten Tage irgendwie gesehen, es gibt irgendwie so knapp 2000 Kanzleien, die dieses Label Dativ Digitale Kanzlei 2024 haben. Und da sind ja schon ein paar Parameter drin, wo man sehen kann, ob die Funktionen doch vollumfänglich genutzt werden, zumindest beim Großteil der Mandanten. Und wenn man das mal im Verhältnis setzt, dass mir so im Kopf so eine Zahl rumspuckt, dass die Dativ so über einen dicken Daumen, ich glaube, die gibt es auch irgendwo offiziell im Internet, 40.000 Mitglieder hat, kannst du dir den Rest denken. Allein auf Basis der Zahlen, wie es da teilweise aussieht mit aktuellen Prozessen. Also bei dem Siegel muss ich auch ehrlicherweise sagen, es ist, ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass es das gibt und das ist natürlich auch, die Anforderungen ja jedes Jahr auch steigern und dadurch, man das sieht auch als Mandant sieht, okay, die Kanzlei beschäftigt sich damit. Ja, aber das Siegel ist ja nicht für die Mandanten gemacht, wenn man es mal genau nimmt. Das Siegel ist total genial, also. Ja, erfasst das gerne. Was sagt mir das Siegel? Wem sagt das Siegel was? Also das Siegel, erstmal um es zu bekommen, musst du ja, und da hat Dativ halt ein Tool gebaut, Digitalisierungskorpekt, erstmal schauen, was ist dein Stand, wo stehst du, wie gut bist du. Das heißt, dieses Siegel bringt erstmal die Kanzlei dazu, mit sich selbst zu beschäftigen. Wie nutze ich die Dativ-Funktion? Genau, das ist der Hintergedanke. Das ist für mich ehrlicherweise schon ein wahnsinnig großer Schritt. Vollkommen egal, wo man steht, überhaupt mal eine Bestandsaufnahme zu machen, überhaupt mal diese Reflexion, wo steht man eigentlich, das ist ja schon eigentlich nicht der wichtigste Schritt, aber schon ein ganz zentral wichtiger Schritt. Und dann kommen halt die, dann sieht man halt, okay, vielleicht auch auf Social Media, andere Kanzleien haben dieses Label und das ist dann so ein bisschen, ja, ich möchte es vielleicht auch haben. Und dann fängt man an zu schauen, wie kriege ich denn die Parameter hin, dass ich es auch bekomme. Dann fängt man sich an, Prozessen auseinanderzusetzen und die zu optimieren. Und damit man dabei bleibt, zieht Dativ jedes Jahr ein bisschen die Parameter hoch. Ja, genau. Und man muss quasi, muss mal sehr flapsig zu sagen, man muss eigentlich immer mehr die Dativ so benutzen, wie Dativ es möchte. Also dadurch werden die Leute, die, ja, ein bisschen erzogen dafür, so zu arbeiten, wie man es vielleicht gerne hätte. So ein bisschen locken durch eine Karotte und nicht indem jetzt einfach Prozesse mit der Brechstange umgesetzt werden. Und von daher finde ich das auch schon sehr smart. Aber natürlich für jemanden, der jetzt auch nicht weiß, welche Anforderungen dahinter stecken. Und wenn man sich mal damit beschäftige, was muss man denn eigentlich dafür erfüllen, muss man schon auch sagen, ich glaube, bei der Einkommenssteuer sind fünf Prozent der Einkommenssteuermandaten müssen digital sein. Also das ist ein zugegebenermaßen jetzt der Wert, der bei Einkommenssteuer ist vielleicht am wenigsten relevant, weil sie eine Einkommenssteuer, keine Ahnung, man muss jetzt auch nicht mehr den Rentner oder die Rentner... Ich kenne die aktuellen Faktoren nicht mehr. Also Lohn ist, glaube ich, auch so eher ein kleineres Thema. Aber Einkommenssteuer und Lohn ist schon... Aber es sind schon ein paar Parameter, wo man denkt so, hui, wenn man fünf Prozent der Einkommenssteuermandate digital hat, dann darf man sich schon digitale Kanzlei nennen. Aber das ist vielleicht auch das, wie ich mir vorstelle, wie eine Welt schön wäre und die Praxis auch, dass es halt einfach... Ja, gut, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Prozess in der Praxis nicht so einfach umzusetzen ist. Bei der Buchhaltung haben wir halt historisch gewachsen, kann man schon fast sagen, Unternehmen online bei der DATEV als die Austauschplattform. Wir haben seit jeher, dass Kontoumsätze eingespielt werden sollten in DATEV. Und bei der Einkommenssteuer kamen ja meine Steuern ganz neu, auch mit einer ganz lustigen Strategie, dass es auch dieses Klartax-Ding da gibt. Und wo erst mal die Frage ist, hey, was ist eigentlich der Weg, den wir wählen sollten? Wie spielt das alles zusammen? Das ist ja auch irgendwie nicht so wirklich erklärt worden. Und deswegen muss man sich bei der Einkommenssteuer schon deutlich mehr überlegen, wie sieht denn bei meiner Digitalisierungsstrategie aus? Ja, und auch ehrlicherweise für den Alltag. Ich habe gerade letzte Woche erst mit einer Steuerberaterin gesprochen, die jetzt auch nicht mehr in den 30ern ist, um es mal so zu sagen. Und die hat gesagt, Einkommenssteuer, die kommen einmal im Jahr mit ihrem Ordner vorbei. Es gibt so viele ordentliche Menschen. Und wenn ich jetzt anfange, als Kanzlei den Leuten zu erklären, was jetzt für einen einfachen Einkommenssteuermandat, was da relevant ist und was nicht und was wie wo abgelegt werden soll, das dauert dreimal so lang wie, ach, bring mal alle deine Zettel vorbei, die du da das Jahr gesammelt hast. Und dann machen wir das fix fertig. Das ist natürlich was anderes, wenn es ein Einkommenssteuermandat mit 50 V&V-Anlagen ist und so weiter. Aber ganz viele reine Einkommenssteuermandate sind jetzt nicht... Wobei bei V&V musst du halt ehrlich sagen, da ist ja die Dativ-Lösung, du machst eine Buchhaltung, weil das ist ja das neue Branchenpaket, dass du es halt auf einer Buchhaltung buchst, um es dann in die Anlage-V zu übergeben passend. Das ist ja die Dativ-Lösung an der Stelle. Also da ist es tatsächlich so, dass man nicht über meine Steuern geht. Es ist denn in Anfangszeichen auch nur eine Einkommenssteuer, aber es ist dann halt schon auch auf der Arbeitsseite und von der Prozessseite halt auch mehr als einfach nur eine Einkommenssteuer-Case. Gut, jetzt sind wir schon super in der Welt, aber ich finde es tatsächlich sehr spannend, weil in der Welt bewegst du dich ja. Das heißt, du hast irgendwann dein... Also Einkommenssteuer nicht. Einkommenssteuer nicht, ich meine in der Dativ-Welt auch. Das heißt, du hast irgendwann dein Master gemacht, auch mit der Absicht quasi vor den Kanzleien nicht in den ersten fünf Minuten sofort die Glaubwürdigkeit zu verlieren, weil du den Unterschied zwischen Umsatzsteuer und Einkommenssteuer nicht verstehst. Ja, also zumindestens, also ich sage mal so, zumindestens, um auch die Möglichkeit zu haben, praxisnäher auf ihre Themen einzugehen, dass man auch wirklich zeigen kann, ey, ich verstehe das, was ihr da macht. Ich verstehe euren Sachverhalt. Und einfach, um auch die Prozesse zu verstehen, die Notwendigkeit zu verstehen, was muss denn in der Dativ halt am Ende des Tages drinstehen, damit es richtig ist. Und dafür braucht man einfach Steuer-Know-how. Ohne geht es nicht. Zum Glück nicht so viel, muss man dazu sagen. Habe ich dann auch rausgefunden. Eigentlich für Buchhaltung ist im Großen und Ganzen Umsatzsteuer nur sehr relevant. Die anderen Steuerarten sind dann eher so erst im Jahresabschluss relevant, nicht unterjährig unbedingt. Aber zumindest die Erkenntnis ist relativ wichtig, dass man eigentlich nur erstmal Umsatzsteuer-Know-how für die Buchhaltung im Großen Stil braucht. Das ist auch, genau, die Diskussion habe ich auch häufiger, ich bin so auch, macht teilweise Gründungsberatung und für viele Menschen, ja, die überfrachten sich mit vielen Dingen, über die sich Gedanken machen. Und überhaupt erstmal diese Erkenntnis, dass man diesen ganzen unterjährigen Quatsch eigentlich nur wegen der Umsatzsteuer macht. und alles, was für die Umsatzsteuer nicht relevant ist, im Zweifel jetzt auch nicht auf Monatsbasis gemacht werden müsste. Ja, Buchhaltung kann auch andere Zwecke erfüllen, so Controlling und solche Sachen. Aber erstmal, um die steuerlichen Anforderungen genügend zu tun, muss ich jetzt nicht monatlich meine Abschreibung buchen. Ja, bei Gründern würde man immer vielleicht noch dazu sagen, dass man sagt, äh, und schau mal, dass du ungefähr so 40 Prozent von deiner Kohle, die du in die Netto reinbekommst, mal in die zur Seite packst. Das hattet ihr damals bei Contest auch so, dass ihr es mitberechnet habt, dass nicht dann, wenn die erste Steuererklärung nach drei Anforderungen des Finanzamts dann nach ungefähr zwei Jahren abgegeben wird, dann direkt kommt, das Finanzamt sagt, ihr hätten gern das Doppelte. Ja, das magische Wort, nachträgliche Vorauszahlung, kenne ich, glaube ich, jeder, der ein paar Jahre selbstständig war. Und auch jeder, ehrlicherweise, das sind die schlimmsten Gespräche gewesen, die ich in der Kanzlei geführt habe, vor Mandanten, wo genau das zugeschlagen ist, weil sie irgendwie zwei, drei Jahre zu spät ihre ganzen Unterlagen hatten und ich denen jetzt erzähle, dass sie nicht nur eine ordentliche Nachzahlung haben, sondern dass sie auch nachträglich für die Jahre, die wir ja noch gar nicht bearbeitet haben, ziemlich sicher auch noch zahlen müssen. Deswegen, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Aber du warst dann bei der DATEV schon raus und du hast einen Master studiert oder warst du zu der Zeit noch bei der DATEV? Ich war während des Masters sowohl bei der DATEV als auch schon raus. Also der ging mal über vier Jahre gestreckt, weil der berufsbegleitend war. War auch sogar die Steuerberatervorbereitung mit drin. Habe ich mich aber entschieden, die Zeit nicht zu investieren, weil auch wenn man so in die Selbstständigkeit startet und so macht man nicht nur eben so einen Steuerberater. Wer das kann, Respekt. Also, aber da habe ich mich dann gegen entschieden. Aber ich habe die ganzen schönen Vorbereitungskurse mitgemacht und hatte dann auch entsprechende Masterklausuren, die jetzt leicht angelehnt waren an die Steuerberaterprüfung. Also war schon intensiv. Ja, aber da hast du, genau, da hast du für dich einmal wegen dem Workload, wie du sagst, etwas entschieden. Stand das dann später irgendwann mal zur Debatte, dass du auch Steuerberaterprüfung ablegst? Weil ich sehe deine Tätigkeit ja auch nicht wirklich in der fachlichen Beratung. Nee, nee, also es stand tatsächlich nicht zur Debatte. Ich habe es damals so ein bisschen auch während der Dativ-Zeit gemacht. Einfach, weil ich sage, ich habe viele Vorteile in dem Studium gesehen. A, damit du endlich mal Ahnung von Steuerrecht bekommst. Und B, dass ich dann auch zumindestens die Perspektive auch haben kann, okay, vielleicht hänge ich am Ende noch einen Steuerberater dran und schaue, was mir das bringt. Weil der wäre halt quasi drin gewesen, der Vorbereitungskurs. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich in dem Kurs war, stand für mich schon so fest, rein zeitlich. Es macht keinen Sinn. Ich gehe in die Selbstständigkeit. Ergo mache ich keinen Steuerberater der Stelle. Ja, und das ist auch so ein bisschen, bin ich mal sehr gespannt auf deine Meinung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn man sich so die Entwicklung der Steuerberatung, der Tätigkeit, die man in der Steuerberatung macht, dann hat man vielleicht 100% der Leistungserbringung. Und vor 20 Jahren war von den 100% vielleicht 10%, 20% Automatisierung, Software und so weiter. Und der Anteil in der Leistungserbringung, die durch Software erledigt wird, der steigt eher konstant an. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wann ist es vorbei? Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, Steuerberater sind alle in 10, 20 Jahren arbeitslos und die KI übernimmt alles. Aber dass wir von diesen 10%, die die Technologie gemacht hat, vielleicht irgendwann bei 60, 70% landen, das halte ich doch für realistisch. Das ging jetzt nur in der Software, also in dem Bereich, in dem du ja auch arbeitest, brauchst du ja gar keinen Titel. Du brauchst ja nur den Titel für den, in Anführungszeichen, manuellen Part der Steuerberatung. Also für das, was die Menschen machen und nicht, um eine Software zu entwickeln oder einzuführen oder den Einsatz zu schulen. Wie siehst du diese Entwicklung? Also siehst du das genauso? Na gut, ich sag mal so, ich glaube, der Titel hat schon einen gewissen Vorteil, weil ich glaube, Steuerberater sehen dich nochmal ganz anders, wenn du selbst Steuerberater bist, was ich ja nicht bin. Aber da muss ich halt sagen, war für mich halt der Mehrwert nicht hoch genug für das zeitliche Investment, was ich da machen muss. Ich muss auch ganz einfach sagen, meine Zielgruppe sind ja auch tatsächlich, auch von meinem YouTube-Kanal nicht unbedingt Steuerberater, auch wenn die den gerne schauen, wenn die sehr viel Bock auf Buchhaltung haben. Aber es sind ja wirklich die Dativ-Buchhalterinnen und Buchhalter, die das Programm halt anwenden tagtäglich, um die Buchhaltung zu erstellen. Deswegen war da für mich halt tatsächlich aus meiner Sicht der Nutzen dann auch nicht so hoch, zu sagen, komm, ich versuche das durchzuziehen, ich versuche das hinzukriegen und die Steuerberaterprüfung zu machen. Ja, also unterschreibe ich 100 Prozent. Natürlich hat man große Vorteile, wenn man den Titel hat. Einmal, wie du sagst, auch einfach, weil man, glaube ich, auch noch auf anderer Ebene miteinander kommuniziert. Und natürlich sind die Berufsträger auch die einzigen, die quasi 100 Prozent der Leistungserbringung abdecken dürfen. Wenn du jetzt der Virtuose mit Software bist und alle Software, die so auf TaxArena und Steuerberater-Expo und so weiter ausgestellt werden, dich mit Dativ auskennst, jede Funktion kennst, dann schaffst du vielleicht 60, 70 Prozent von so Kanzleiprozessen irgendwie zu automatisieren. Du wirst ja aber niemals einen einzigen Fall vollständig abschließen können, weil dir halt die letzten paar Meter der fachlichen, der manuellen, der inhaltlichen Kontrolle fehlen. Das heißt, du könntest als Software-Genie ja niemals, auch nur einen einzigen Fall, komplett alleine abschließen. Das heißt, das kannst du ja nur mit anderen machen zusammen. Ja, gut, es ist auch nicht mein Aufgabenfeld. Ich bin ja in der Schule ja in der ersten Regel die Mitarbeiter von Steuerkanzleien. Und ich sage mal so, in der Beratung an sich, wenn man jetzt immer von der Schulung weggeht, außer da hat jemand ein Sachverhalt in der Schulung, den er still hat, kann man zumindest Hinweisgeber sein, wenn man Ahnung davon hat, dass man sagt, das solltet ihr vielleicht noch mal den Sachverhalt analysieren. Weil was mir so ein bisschen immer auffällt, ist, dass ich manchmal über Dinge stolpere in Beratung, wo ich mir sage, okay, das habt ihr euch noch nicht angeschaut. So ein einfaches Beispiel wäre irgendwie, also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ich sage jetzt nicht, es gibt sicherlich Steuerkanzleien, die das machen. Aber ich habe bisher noch nicht so erlebt, dass eine Steuerkanzlei, wenn neu aus Mandat kommt, direkt sagt, okay, wir machen mit dir von vorne weg eine Umsatzsteuerberatung, um einmal zu klären, welche Sachverhalte du hast, damit du auch weißt, wie du deine Rechnung schreiben musst und alles. Weil wenn das nicht bekannt ist, dann wird auch aus dem Vorsystem vom Mandanten halt nur Mist rauskommen. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen so das Thema, wo ich mir mal so denke, viele denken, äh, brauchst du nicht? Nö, geht schon so gut. Und ich habe dann auch meistens so Themen, erster Termin mit dem Mandanten, wurde halt nicht gemacht, wir sprechen mal durch, was er so tut. Und dann geht man so durch, ja, an welchen Kunden verkaufst du? Wo sitzen deine Kunden? Was ist das, was du verkaufst? Ware oder Leistung? Und du gehst das so durch und sammelst dir halt so die Steuersachverhalte. Und dann denkst du dir so, okay, bevor wir jetzt hier weitermachen und uns über irgendwelche Daten unterhalten, musst du dich ganz dringend mit deinem Steuerberater unterhalten, weil der muss erst mal mit dir klären, was das alles für Sachverhalte sind. Ja, und ich glaube, das wird auch, das nimmt ja extrem zu. Also je digitaler, je globaler und je verschachtelter auch Leistungen erbracht werden, desto wichtiger ist das. Ich glaube, bei E-Commerce, Versandhandel, kann das jeder nachvollziehen mit irgendwelchen Lagern und anderen Unternehmen, die noch in einem anderen Land ihren Sitz haben und dann wird das ganz wild in Europa und der Welt durch die Gegend geschickt und keine Ahnung, Reingeschäft und so. Es gibt so ein paar Dinge, die ich in der Steuerfachangestellten Ausbildung gehört habe, wo ich mir dachte, das passiert nie. So Dreiecksgeschäfte, Reingeschäfte, wo ich dachte, ach, so was gibt es ja gar nicht. Und jetzt höre ich nur das Wort Dropshipping und ich möchte anfangen zu weinen, weil das eine Komplexität hat und natürlich auch gefühlt, fast niemand, der damit anfängt, so einen Job aufzubauen, sich darüber im Klaren ist, was da passiert. Ja, aber du hast ja viel banalere Themen heutzutage. Du hast ja schon einfach das Thema und das ist halt echt weit vertreten, dass halt es total pragmatisch komfortabel ist, bei Amazon einzukaufen. Ergo, was du privat machst, machst du auch beim Unternehmen. Hast aber erst mal das Thema, dass wenn du Amazon nicht sagst, hallo, ich bin ein Unternehmer, dass die dir keine richtigen Rechnungen stellen, weil die dich für eine Privatperson halten. Da ist ja schon mal das erste Thema. Das wurde, glaube ich, mittlerweile größtenteils erkannt, dass das problematisch ist. Aber auch für alle Leute, die das machen, man muss sich dann, es gibt einen Amazon Business Account, den anlegen, weil sonst ist das Problem, dass man die Rechnung unter Umständen halt gar nicht bekommt, weil man an den Kunden gar keine Rechnung ausstellen muss. Ja, ja, aber dann kommt der Amazon Business Account. Der Amazon Business Account ist ja dann die nächste Stufe des Chaos. Und dann sind zwar die Rechnungen richtig, aber dann findet vielleicht der Mann dann raus, man kennt es ja, hey, das ist ja ganz komfortabel und irgendwie die Preise scheinen auch ein bisschen besser zu sein, bei Amazon Business zu bestellen, weil Preise sind da ja netto. Und dann bestellt der noch bei Amazon Business, auch privat. Und dann ist direkt die nächste Sache, okay, müsste ich klären, wenn der privat bestellt, das muss ich ja irgendwie dann auch mal abfragen, weil dann muss ich es ja nachversteuern, weil Amazon ist ja nicht so, dass die alles in Deutschland liegen haben, sondern Amazon ist ja tatsächlich so, auch selbst wenn man es privat bezahlt, dass die das den meisten Krempel aus EU-Ausländern rausschicken und es dann netto läuft, weil es halt eine innergemeinschaftliche Lieferung ist. Und dann müsste man ja auch nochmal überlegen, hey, wenn du das Privates gekauft hast und aus der Firma entnimmst, dann musst du ja Umsatzsteuer zahlen. Also du musst ja erst mal auf dem Schirm haben, was da sehr leicht, ohne Probleme, absolut falsch laufen kann und vielleicht noch die eine oder andere Überraschung bereit hält. Davon, dass ich niemandem empfehlen würde, keinem Unternehmen im großen Ziel bei Amazon einzukaufen, weil es einfach für die Buchhaltung nur zum Kotzen ist und auch nicht automatisierbar ist. Noch nicht mal irgendwie automatisierbar. Es ist einfach manuelle Arbeit, Amazon, muss man so sagen. 100%. Aber auch halt Geschäftsmodelle, auch bei Amazon, auch ein Beispiel, wenn man Bücher auf Amazon verkauft, denkt man ja auch, naja, man verkauft ja Bücher, so Kindle, Direct Publishing Programm, KDP, man verkauft aber gar keine Bücher. Wenn ich Autor bin und auf Amazon meine Bücher verkaufe, verkaufe ich keine Bücher, sondern ich verkaufe die Lizenzen an meinem Text, damit Amazon daraus dann Bücher macht und die Bücher verschickt. Das heißt, da habe ich keine Lieferung, sondern eine sonstige Leistung und verkaufe halt diese Lizenzen an Amazon, meistens sitzt in Luxemburg. Aber überhaupt zu verstehen, es sieht für alle Beteiligten so aus, als wenn da Bücher verkauft werden. Es werden keine Bücher verkauft, sondern es ist halt eine sonstige Leistung. Und ich glaube, das, und das ist auch, glaube ich, das, was du meinst, ist so die Würdigung des umsatzsteuerlichen Sachverhalts. Was passiert da eigentlich? Ist es eigentlich ein Produkt? Ist es eine Dienstleistung? Ist das eigentlich B2B? Ist es B2C? Wo ist eigentlich der Sitz der Leistung? Und wer muss eigentlich wo, für wen, an wen Umsatzsteuer zahlen? Es ist halt viel einfacher geworden, dass du es hinkriegst, dass dein Standard, ich sage mal, Umsatzsteuersachverhalt nicht mehr Umsatzsteuer 19 oder 7 Prozent ist. Ja, genau. Du kriegst es halt viel schneller hin. Das war damals in meiner Ausbildung irgendwie noch einfacher. Beziehungsweise, ich dachte, also das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dadurch wird das Ganze natürlich auch immer, immer relevanter, weil diese Art der Geschäftsmodelle und auch Strukturen und Ketten von Leistungen, wo sich irgendwelche Anbieter noch dazwischen schalten oder auch nicht, das wird ja, also es ist ja ein fortschreitender Prozess, das ist ja jetzt auch nicht abgeschlossen. Amazon ist jetzt ein Beispiel, aber wenn ich jetzt fünf Bezahlungsanbieter in meinem Online-Shop habe, vollkommen egal, ob ich da Dienstleistungen oder Produkte verkaufe, dann ist das steuerlich alles ja irgendwie schwierig. Und damit komme ich auch so ein kleines bisschen zu der Frage, du machst DATEV. Das ist, glaube ich, das ist relativ einfach, aber da darf es ja für dich auch nicht aufhören, weil in DATEV kannst du ja nichts optimieren. Du musst ja dich mit auch, du musst dich ja irgendwie mit dem Vorsystem beschäftigen. Was passiert da im echten Leben? In welchen Softwareprogrammen passiert da eigentlich was? Und wie kann das denn richtig in das DATEV-System reinkommen? Wie hältst du dich da auf in den Laufenden? Wie viel Kontakt hast du da eigentlich? Oder sagst du einfach, nee, das ist euer Bier, ich beschäftige mich damit gar nicht. Die Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Das ist schon ein Thema, auf das du schaust, aber wie gehst du das an? Hast du ganz konkrete Kanzleien, die du berätst und dann schaust du dir das dann da vor Ort an? Oder hast du eine Dauerkarte, eine Jahreskarte für alle Steuerberater-Events, um dich damit zu beschäftigen? Wie genau kannst du das auf dem Schirm behalten? Weil bei dir ist es ja noch mal mehr, weil du mit mehreren Kanzleien gleichzeitig arbeitest. Ja gut, ich mache ja sehr, sehr viel Schulung. Also ich schule eher die Grundlagen, wie Schnittstellen funktionieren und dergleichen. Also was ich eigentlich nicht mache, ist, dass ich irgendwie Beratungstermine zur Einrichtung von Schnittstellen mache. Weil das Thema ist halt auch einfach, das muss man einfach auch sagen. Ich habe schon verschiedene Anfragen bekommen, um halt Online-Händler anzubinden, die ganzen Schnittstellen, das zum Begriff Prozess zu begleiten. Und ich muss da ganz ehrlich sein, wenn ich das berate und das Know-how nicht in der Kanzlei ist, also dass die Kanzlei das dann selbst machen kann, den Online-Händler, wenn wir die Beratung machen, kriegen die nie mehr aus den roten Zahlen raus. Also Deckungsbeitragstechnik. Weil es ist halt einfach sehr aufwendig, diese Schnittstellenprozesse zu machen. Und da führt, glaube ich, auch kein Weg daran vorbei, das Know-how, wenn man die Themen hat, in der Kanzlei aufzubauen. Weil von Externes einzukaufen, ist A mit viel Unsicherheit verbunden, weil man es dann in-house partout nicht kann. Was schwierig ist, wenn die Schnittstellen sich ändern und das tun sie, muss man einfach so sagen. Und man das halt immer einkaufen muss und die Dienstleister eventuell nicht immer greifbar sind und natürlich auch viel teurer sind, als wenn man es in-house umsetzen kann. Und deswegen ist Schnittstellenberatung generell ein schwieriges Thema. Wo ich es mache, ist natürlich, wenn ein Softwareanbieter sagt, ey, ich möchte eine Dativ-Schnittstelle bauen, dann sage ich, okay, ich unterstütze dich, dass du den Sachverhalt, den du abbilden möchtest, genau passend in Dativ importieren kannst, dass das fachlich für Dativ so stimmt, dass das halt komplett durchläuft. Das ist zum Beispiel auch ganz lustig. Ich hatte da ein Projekt mit einem großen, großen Fahrradhersteller, der aber auch Software für quasi die Fahrradläden mit anbietet. Ja. Und ich sagte ja, E-Commerce-Buchhaltung war ein Witz dagegen, was die da umsetzen mussten. Oder für die Software. Nee, für die Schnittstelle. Also wie der Geschäftsprozess effektiv bei denen ausgesehen hat, das war ein Witz. Das E-Commerce war ein Witz dagegen. Und da, nehmen wir das vielleicht als Beispiel, wie sieht denn da eine Zusammenarbeit aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du da genau? Mit wem hast du da genau zu tun? Und genau, was ist am Ende dein Ziel? Gut, das ist, glaube ich, relativ logisch. Aber wie gehst du an sowas ran? Da klingelt das Telefon nicht, sondern du bekommst irgendwann eine E-Mail und dann sagt das hier Andreas. Ja, kein Endly-Termin. Und dann sagt man, okay, wir haben halt in Deutschland, also wir würden halt gerne Daten in Dativ importieren. Die Anforderung gibt es von unseren Kunden. Wie kann man das umsetzen? Ja. Dann sage ich, ja, würde halt so ablaufen. Wir machen gemeinsam einen Kick-Off-Termin. Wir schauen euch an, was ihr machen wollt, welche Daten ihr übergeben wollt, welche Daten ihr auch in eurem System habt, wie eure Datenstruktur aussieht. Und dann überlege ich, welche Dativ-Schnittstelle für euren Sachverhalt passt und wie die Buchungssätze oder die Daten, weil man kann es ja auch als Nicht-Buchungssätze, als Beleginformationen übergeben, halt für diesen Fall aussehen müssen, damit es alles so passend in Dativ ankommt, wie es ankommen muss. Dann schreibe ich denen halt ein Konzept, baue denen Muster-Daten, die ich auch teste, ob die über Dativ entsprechend importierbar sind, damit sie es per Reverse Engineering umsetzen können. Und dann begleite ich sie. Das heißt, ich teste es für sie, die verschiedenen Stellen der Schnittstelle, gebe den Feedback zur Umsetzung, wenn halt andere Probleme aufkommen, Sachverhalte, die wir nicht bedacht haben oder so, dass wir die noch klären und dann setzen wir es nach und nach um, bis die Dativ-Schnittstelle halt funktioniert. Das ist so der Ablauf. Das heißt, das ist auch, du hast gesagt, du machst relativ viele Schulungen, das heißt, du machst Schulungen, das ist ja wahrscheinlich dann für Kanzleimitarbeiter oder Mitarbeiter in Unternehmen. Genau. Und du hast einmal dieses Beratungsgeschäft, wo du jetzt, genau, Tool-Anbieter auch immer. Ja, so wie gesagt, ja. Also, sehr simples Beispiel, habe ich ja in der Folge, weil es gibt auch irgendeine Folge für die Hörer, die es interessiert, wo ich ja über meinen Weg und meine beruflichen Schritte gesprochen habe. Wir haben so ein Fintech-Bankkonto angeboten, gebaut für Freiberufler. Und ehrlicherweise hatten wir immer ein Riesenproblem, zumindest am Anfang, wenn Steuerberater quasi mit unseren Daten arbeiten wollten. Weil wir hatten nicht nur einen Kontoauszug, kommen wir auch noch dazu, das ist jetzt, konnte man auch rein technisch nicht einfach so über einen Kontoauszugsmanager diese Informationen abrufen, aber wir haben die auch angereichert. Das heißt, wir haben Belege auch schon in der App gesammelt und die an die jeweiligen Bankkonto-Transaktionen gehängt und zum Teil auch schon vorkategorisiert und vorgebucht, in welches Buchungskonto das gehört oder zumindest zu welcher Älster-Kategorie in der Anlage IÖR das gehört. Und diese Informationen, die sind allesamt, nicht natürlich, aber am Anfang erstmal allesamt natürlich nicht irgendwo von A nach B gekommen und nicht bei Dativ drin gewesen, wenn einer unserer Kunden quasi einen Steuerberater hatte. Weil das muss ja gebaut werden. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, wo ich anrufen könnte und sagen kann, Andreas, hilf mir. Wenn ich schon die Belege habe, möchte ich nicht, dass der Mandant, der Kunde, das jetzt nochmal separat an den Steuerberater schicken möchte, sondern diese Verbindung, die Verknüpfung, die würde ich gerne eigentlich gerne auch irgendwie in die Datenverhältnisse machen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Auftrag. Über den Sachverhalt unterhalten, wie man abdecken möchte, was der Anwendungsszenario ist, ob er halt nur in der EÖR-Logik bleiben wollt oder ob er in der Debitoren-Kreditoren-Logik auch rein wollt. Da ist natürlich die Frage, wie importiert man das Ganze, also wie viel Daten will ich rüberbringen, weil bei Kontoumsätzen ist Dativ ja auch schnittstellmäßig begrenzt. Ich kriege die zumindest nicht mit Belegen und nicht mit angereicherten Informationen rein, außer schreibst du vielleicht einen Verwendungszweck rein und da müsste man halt dann schauen, was halt der beste Weg ist und wo man auch perspektivisch vielleicht mit der Software hin möchte. Gut, aber dann kann ich mir so, dann kann man sich glaube ich so grob vorstellen, was so deine Tätigkeit ist und die Leute kommen, das hast du jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt, kommen ja vermutlich ganz viele, weil sie irgendwo mal schon was von dir gehört haben oder auch gesehen haben, weil du bist auch auf YouTube relativ aktiv. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, dass du auf jeden Fall größer bist als die Dativ. Das heißt, wer guten Dativ-Content und Inhalte braucht, der wird bei Andreas Hausmann beim YouTube-Kanal deutlich schneller fündig als beim Dativ-YouTube-Kanal. Das ist doch auch erstmal der Ritterschlag der größte Dativ-YouTube-Kanal zu sein, ohne dass man von der Dativ ist. Ist es auf die Idee gekommen, das zu machen? Das lag relativ lange zurück, 2018. Es war damals bei Dativ so, dass Dativ-Unternehmen online quasi das Zukunftsprodukt schlechthin extrem kompliziert war einzurichten. Und das war wirklich ein Prozess, es gab verschiedene Schritte, die gemacht werden mussten, bis man so ein Unternehmen online-Bestand ans Laufen bekommen hat. Das ist heute viel einfacher, meiner Meinung nach nicht immer einfach genug, aber das liegt an anderen Faktoren, nicht mehr an dem Einrichtungsprozess an sich, sondern so wie die Dativ letztendlich arbeitet. Aber es war damals wirklich echt extrem komplex. Ich musste halt viele Sachen machen, sowohl auf der Kanzlei als auch auf der Unternehmensseite, bis das Ding lief. Und da dachte ich mir, komm, du nimmst das jetzt alles einmal auf YouTube auf, dann musst du es vielleicht seltener erklären. Und dann habe ich es halt nach und nach dann auf YouTube gedacht, okay, ich ergänze jetzt mal andere Themen noch, um einfach so noch ein paar Videos zu haben. Hatte damals auch noch eine andere Produktionsqualität. Ich habe mir mehr... Sind die noch online? Das ist natürlich relevant für alle Leute, die jetzt einmal auf deinen YouTube-Kanal gehen. Das ist eine herzliche Einladung, ganz nach unten scrollen, um sich die ersten Videos anzugucken. Das ist immer am schönsten. Wo ich noch am Küchentisch saß und mir dann noch Ordner mit Belegen drin als Requisiten zurechtgelegt habe und zurechtsortiert habe. Das mache ich heute alles ein bisschen effizienter. Natürlich auch mit besserem Ton und einem besseren Bild, aber das war damals noch ganz andere Vorbereitung auch für die Videos. Das heißt aber, es ist ja fast... Also das habe ich schon sehr oft gehört, dass man Themen hat, die man immer wieder erklärt und im Zweifel auch eigene Themen, über die man jedes Mal nachdenken muss, weil sie einfach nicht so häufig auftreten, dass man sich mehr oder weniger eigentlich für sich selbst dokumentiert und dann veröffentlicht man das und dann hat man eigentlich schon anderthalb Beine zu einer sinnvollen Content-Strategie, weil die Videos werden dann ja natürlich auch von Nicht-Kunden gesehen, die dann darüber erst auf dich aufmerksam werden. Und ich gehe mal davon aus, das wird bei deiner Reichweite, also über 10.000 Leute, die dir da folgen, da werden ja regelmäßig dann auch Leute deswegen auf dich aufmerksam werden und dich anfragen, oder? Ja, also es kommt in der Regel über YouTube, auch mittlerweile vermehrt über LinkedIn, weil da poste ich ja immer parallel ein bisschen anderen Content und darüber kommen letztendlich dann all die Anfragen rein, die werden bei Kalender, die mir in Terminkalender eingetragen und dann spreche ich mir darüber, wie ich ihnen helfen kann. Okay. Das ist mal ganz grob so der Prozess. Wie sieht, deswegen an der Stelle wirklich Empfehlungen für alle, die das noch nicht angeschaut haben und noch nicht abonniert haben. 50% von meinem Dativ-Wissen habe ich von Andreas ungefähr. Und wie siehst du so die Entwicklung in der Zukunft? Die Dativ-Welt, der deutsche Markt, auch der Steuerberatungsmarkt und auch der Software-Markt für die Steuerberater ist schon irgendwie sehr eigen. Wenn ich so auf die ganze Welt schaue, dann gibt es überall gefühlt für jeden Bereich globale Player, globale Anbieter. Deutschland ist da noch sehr eigen irgendwie. Wie siehst du die ganze Entwicklung im Bereich Software in der Steuerberatung? Kommen wir irgendwann dahin, dass wir auch am Ende jetzt irgendwann auf Microsoft-Produkten buchen. Ist das ausgeschlossen aufgrund der Stellung der Dativ? Was schätzt du, wohin das so in den nächsten Jahren gehen wird? Na, ich glaube, das Problem ist halt, das Ding ist halt, das deutsche Steuerrecht hat halt eine gewisse Komplexität. Ja. Also da steckt halt viel drin. Andere Länder auch, also USA, Sales Tax und so, ist jetzt auch, also es ist, erledigt sich auch nicht von allein, um es zumindest so zu sagen. Ja, habe ich jetzt, habe ich jetzt wenig vergleicht, aber man muss ja überlegen, hey, wo kommt, wo kam das halt her, dass Deutschland halt seine eigenen großen Player da hat, nur für Deutschland natürlich. Und das wird wahrscheinlich, also ich vermute, dass es irgendwo in der Komplexität liegt, dass halt wirklich man die anderen Programme von anderen Ländern nicht so einfach auf Deutschland quasi anwenden kann. Weil du hast ja auch einfach das Problem, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mit Microsoft Dynamics meinen Kreml machen, dass du dann ja erstmal ein Beratungshaus finden musst, was halt deutsches Steuerrecht kann, was dir die Umsatzsteuerlogik einbaut und alles. Dann musst du da customisern, dass das zu deinen Prozessen passt. Das ist halt ein riesiges Projekt, um das einzuführen. Du könntest aber auch alternativ, das wäre zwar nicht ganz so passgerecht, einfach Dativ nehmen. So, dann hast du die Lösung, die hat viele Standards drin, ist dafür nicht sonderlich anpassungsfähig. Und dafür ist es aber dann verhältnismäßig als Software an sich günstig gegenüber so einer großen Customizing-Lösung. Das geht ja beides, aber die großen ERP-Systeme... Aufbauen muss, ist das definitiv teurer. Das können sich eigentlich nur denn die Größten leisten. Aber bei den großen ERP-Systemen ist es halt anders und ja, ich weiß nicht genau, woran es jetzt liegt, dass, ich sag mal, wo wir uns in Deutschland so wacker mit unseren eigenen Anbietern halten. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass es irgendwo einer höheren Komplexität geschuldet ist. Also, das ist bei anderen Ländern, aber ist jetzt nicht unbedingt mein großes Thema, was ich jetzt untersuchen müsste, dass es da wahrscheinlich einfach daran hängt, dass die irgendwie auch einfacher aufzeichnen können. Also, weniger Anforderungen an die Aufzeichnung an sich ist. Da sind wir bei Deutschland ja schon relativ, ich sag mal, in einem hohen Umfang unterwegs, wenn man allein auf den Jahresabschluss auch nach GmbH oder so schaut. Wahrscheinlich haben andere Länder da ein bisschen größere Bereiche, wo man halt wirklich einfacher aufzeichnen kann. Wäre jetzt meine Vermutung. Siehst du da irgendwelche tiefgreifenden Veränderungen, die auf uns zukommen, rund um das Thema E-Invoicing? Oder sagst du, na gut, dann ist es halt Das ist halt die Veränderung. Also, E-Invoicing nicht. E-Rechnungspflicht ja. Ja. Weil E-Invoicing gibt es ja schon seit Jahren. Also, Zugpferd habe ich persönlich für mich. Ich meine auch nicht PDF per E-Mail verschicken, sondern ich meine es ist die E-Rechnungspflicht. Ja, das Problem ist, die E-Rechnung gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also, die E-Rechnung gibt es ja schon, weiß ich nicht, Zugpferd gibt es schon so lange, dass das zweimal sterben konnte, gefühlt. Und erst jetzt, dass die E-Rechnungspflicht kommt, dass man wirklich sagt, ey, pass auf, wenn du in Deutschland eine Rechnung an ein deutsches Unternehmen schreibst, dann muss das eine E-Rechnung sein, wenn es jetzt keine Kleinbetragsrechnung ist. Das sorgt halt dafür, dass dieser Standard auch vom Markt angenommen werden muss. Ja. Das Schöne ist, du kannst dann natürlich auch als solches Unternehmen erwarten, den Großteil einer Rechnung als E-Rechnung zu bekommen und erst damit kommt quasi der Stein ins Rollen. Ja. Und das ist halt jetzt ein Riesenthema. Ich weiß auch nicht, wie viele es auf dem Schirm haben, dass das ein Riesenthema ist. Ich habe es selbst unterschätzt. Also erst als ich mich damit beschäftigt, habe ich gesagt, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so relevant ist, weil letztendlich, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt keine Rechnung mehr als PDF, wo du mit der OCR Daten auslesen, bildhaften Beleg, sondern du brauchst eine E-Rechnung, hast du ja einen Datensatz. Datensätze kannst du sicher. Man braucht dann auch niemanden mehr, der das per Hand abtippt, weil die Daten sind halt genau, Maschinen auslesbar. Und dann gibt es auch keine, diese Frage von, das wird nicht richtig erkannt, die gibt es halt nicht mehr, weil es wird halt einfach gelesen. Ja, genau. Und genau, ich glaube auch, das sind schon tiefgreifende Veränderungen und rein praktisch wird das so laufen, wie immer, wenn sowas eingeführt wird. Dann gibt es eine Datenschutz-Grundverordnung, gibt es zwei Jahre Übergangsphase und zwei Monate, bevor dann die Übergangsphase vorbei ist, wachen alle auf und sind vollkommen verzweifelt. Deswegen, glaube ich, kann man sich den Wecker stellen von Übergangsphase, startet jetzt ja 01.01.2025 und ist dann bis Ende 26 beziehungsweise, wenn man kleiner ist, dann ja nochmal ein bisschen länger. Aber hundertprozentig wird das in zwei, zweieinhalb Jahren werden plötzlich alle panisch werden, weil sie jetzt merken, oh shit, jetzt müssen wir ja plötzlich und wir haben da was verpennt. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich tue mich mit dem Jahr 2025 da noch so ein bisschen schwer, weil wir haben ja ein ganz grundlegendes Problem. Wenn wir, also in 2025 gibt es ja nur die Empfangspflicht, nicht die Pflicht selbst zu stellen. Ja, genau. Aber dann die Empfangspflicht, die ist ja so verortet, dass, und das muss ein Steuerrechtler letztendlich bearbeiten, vielleicht beantworten, vielleicht hast du bald jemanden in unserer Steuer in deinem Podcast, kannst die Frage ja nochmal aufgreifen, ob ich eine E-Rechnung haben muss, eine E-Rechnung haben muss in dem Fall, damit ich überhaupt vor Steuer ziehen darf. Ja. Und da ist natürlich die große, große Frage, wie wird es in den Kanzleien aussehen, wie werden die mit dem Thema umgehen, dass die halt einfach sagen, pass auf, ich habe jetzt hier ein Problem, weil ich weiß nicht, wer E-Rechnung stellt und wer nicht. Und wenn der mir jetzt brachlich seine Rechnung weiter ausdrückt und einfach bringt, weil er noch nicht so weit ist, weiß ich nicht, ob ich vor Steuer ziehen kann. Also Stand heute ist ja sowieso, also heute steht ja in Paragraph 14 Umsatzsteuergesetz, dass eine Rechnung im Papier ist, aber wenn der Empfänger damit einverstanden ist, dass das auch per E-Mail, also elektronisch passiert, dann darf man das auch machen. Und das, und das wirkt erstmal für keine große Änderung. Das ist halt anders. Standardmäßig darf ich dann keine Papierrechnung mehr verschicken, weil genau das wird einmal umgeswitcht. Ich muss eine E-Rechnung empfangen und das darf dann auch unter Umständen anders sein, wenn der Empfänger damit einverstanden ist. Aber wenn ich als Unternehmen digitale Prozesse habe, werde ich einen Teufel tun und meinen Kunden erlauben oder meinen Dienstleistern erlauben, mir noch Papier zu schicken. Und jeder, der mit einem Pendelordner rumläuft, der kann nicht mehr überprüfen, ob das eine E-Rechnung war. Ja, das ist mit dem Ordner, das ist dann vorbei. 2025 wird es halt spannend, weil es gibt große Unternehmen, die schon umstellen werden und du hast ja die Empfangspflicht. Und wenn wirklich, ich sage mal, auch Vorsteuerabzugsmerkmal ist, dass es eine E-Rechnung ist, das muss halt ein Umsatzsteuerrechtler beantworten, dann hast du halt das Thema. Die Frage ist ja immer, wie wird es denn am Ende gelebt und ausgelebt und wird irgendwas nochmal verlängert und so weiter. Ich glaube, was schon klar ist, dahin wird es gehen. Und das ist, glaube ich, prozessual eine so tiefgreifende Veränderung, wie wir sie in den letzten vielen Jahren nicht hatten. Es gab viele Dinge immer mal, aber das hat nicht so tiefgreifend die Prozesse in so Kanzleien beeinflusst. Und genau, das ist so ein bisschen die Frage und da bewegst du dich dann eher in dein Terrain, das wird natürlich wahrscheinlich auch die Arbeit und deine Arbeit und so ganz extrem beeinflussen. Also ganz ehrlich, wenn ich in irgendein Unternehmen investieren müsste, gerade würde ich wahrscheinlich in Andreas Hausmann, Aha Consulting heißt es, Andreas Hausmann. Du wirst in den nächsten, vielleicht hast du noch ein Jahr ein bisschen Ruhe, danach wird das aber durch die Decke gehen, bis jetzt auf der Suche nach 100 Mitarbeitern, weil die werden alle große Probleme haben, das irgendwie zu Schnittstellen in die Welt zu bekommen und so weiter und du bist da ja prädestiniert dafür, also zumindest sehr sinnvoll, sehr kompetent weiter zu helfen, oder nicht? Ja gut, ich sehe mich ja in erster Linie nicht als Beratungsagentur, weil ich schule ja hauptsächlich tatsächlich, was die Prozesse angeht. Auch das braucht, ja. Und ich schule ja schon in die rechte Richtung, dass ich halt sage, hey, pass auf, ihr solltet Stand heute schon die Möglichkeiten automatisch zu buchen, zu nutzen, die es gibt im Dataf-Programm. Einfach, weil ihr euch daran gewöhnen müsst, dass ihr in Zukunft die ganzen Geschäftsvorfalle, die ganzen Belege gar nicht mehr gesehen habt. Ja. Ihr müsst halt euch daran gewöhnen, heute zu automatisieren und dann wirklich zu überlegen, wie stelle ich in meinem Prozess sicher, dass möglichst wenig Fehler passieren und wenn sie passieren, wie identifiziere ich sie? Also die Anforderung, halt einen Prozess zu gestalten im Dataf-Programm, sage ich mal, und die Qualitätssicherung danach zu machen, das ist halt das wichtige Thema, was uns in Zukunft da einfach bewegen wird, weil auch Maschinen machen Fehler und auch in Prozessen sind Fehler drin, die man vielleicht nicht am Anfang bedacht hat und die muss ich halt einfach identifizieren und dann am besten eliminieren, dass die beim nächsten Mal nicht mehr auftauchen und das ist halt, ich denke mal so, ein bisschen die Herausforderung, diese Umstellung hinzukriegen, weil in Steuerkanzleien ist sich beim Finanzamt auch noch sehr stark so, dass die halt Belegerfasser sind, wo das Finanzamt Belegprüfer ist und das funktioniert einfach nicht mehr in Zukunft oder es ist einfach nicht mehr effizient und das wird ja allein der Markt regeln. Ja genau, das Erfassen, das wird zumindest, es wird auch einfach überflüssig, also wenn man Maschinen auslesbare, maschinell auswertbare Belege hat, dann brauchst du ja niemanden mehr, der was Visuelles abtippt und die Information in dein Computer überträgt, was ja nicht, das ist ja das Abtippen. So mit Blick auf die Zeit. Wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir müssen uns so in ein, zwei Jahren, wenn wir uns denn gegen dem Ende nähern der Übergangsfrist, müssen wir uns unbedingt nochmal unterhalten. Aber bis hierhin wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in deinen Weg, aber auch so ein bisschen in das ganze Universum, Software, Date, Schnittstellen und so weiter. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall Empfehlung auf dem YouTube-Kanal von Andreas vorbeizuschauen. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.